Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch allen einen schönen Abend, kann ich schon beinahe sagen, es ist beinahe sechs, ja, 18 beinahe, ich werde heute mal versuchen, den Paradiesgarten zu beginnen, von Togreva, ja, ich habe das von Sticklisle gekauft, wie ihr wisst, habe ich das ja schon in meinem Video gebracht, ich werde es versuchen, ich beginne hier unten, ich bin immer gewöhnt, hier unten anzufangen, aber ich mache nur ein kleines Hübschen, das ist 250 x 365 Tücher, 44 Farben, Paradiesgarten, das sieht echt super aus auf dem Papier, auf dem Vordruck 46 x 67, ich habe das ausgemessen, da ist ganz schön Platz ringsherum, also hier ist ganz schön viel Stoff übrig, als wie bei der anderen, ja, achso, ja, das hier steht ja, wenn das fertig gebildet ist, da ist es 46 x 67, ja, ist gut, ja, das Stoff muss ja auch viel größer sein, das ist ja klar, und manche, ich habe schon gehabt, dass der Stoff so knapp ist, okay, so, was haben wir noch, die Autorin ist der Alexandra Togreva, die kennen Sie ja alle, das ist das erste von ihm, ich habe dann noch eins, ich glaube auch rote Hosen waren es, so, ja, ich mache mit euch so ein kleines Kästchen, oder die zwei, mal sehen, wie ich das mache, aber aus den Behältern hier, ist das schwer, die Perlen rauszubekommen, ich denke mal, dass ich mir das irgendwie mal auf mein, äh, wie sagt man nun, auf dem Gummibelag mir das einzutieren, so, wo bin ich noch, ich bin gar nicht in der Kamera, ja, hier ist es ein bisschen schmutzig, ich hoffe, dass das rausgeht, naja, das wird sowieso, sieht man ja nie, weil man das, äh, einrahmt, kein Problem, wenn es ein bisschen schmutzig ist, so, ich muss mit Dunkel beginnen, ich glaube, jetzt bin ich ja auch irgendwie verkreuzelt, man merkt, dass ich schon lange keinen Perlensticken mehr gemacht habe, oje, jetzt ist es, Maria, was habe ich denn hier gemacht, ich muss mal Pause machen, so, ich bin wieder da, nee, es war gut, ich habe gedacht, ich hatte, ein Fehler drinnen, so, ja, aus dem Behälter jetzt hier, wo die Perlen drinnen sind, ich komme da nicht mit die Nadel, ich kann die nicht packen, dass es gleich mit Dunkel anfängt, da bin ich ja sehr gespannt, so, das sind die ersten drei Perlen, habe ich überhaupt noch in so, ja, drei Herzen, dann muss ich, ja, das ist echt ein bisschen ansuchen, ups, jetzt kommt ein Blau, ich muss mal sehen, steht mir das jetzt auf den Tisch, ich muss das anders machen, ich muss das auf der Umgematte machen, ist vielleicht besser, so, das dauert mir dann zu lange, da, ups, wie viel brauche ich da, zwei von denen, ich habe jetzt hier zwei Fäden gemacht, das ist nur der Anfang, mit zwei Fäden, äh, liegen die auch ein bisschen besser, in der ersten Reihe, habe ich so festgestellt, das hatte ich schon mal ausprobiert, da brauche ich keinen Stoff zu nehmen, und dann zwei, nochmal, Herzen, aber das sind andere Herzen, hier sind auch verschiedene Herzen, hier sind auch verschiedene Herzen drin, es beginnt es, ah, schon mit Rot, jetzt habe ich mich aber gestochen, die Nadel ist von so einem Stoff, denke ich mir zu spitz, da war er mit drin, ich mag da lieber stumpfen Nadeln, dann sticht man nicht so falsch in den Stoff rein, da bin ich ja gespannt, wie das aussieht, ich glaube, ich habe den Faden zu lang gemacht, und jetzt tut mein Daumen weh, ich muss sagen, hier auf dem Video sieht er so schmutzig aus, der Stoff, und er ist ganz weiß, ich weiß auch nicht warum, das so ist, ich bin ja gespannt, wie es dann im Video aussieht, ich muss jetzt zwei Pfeile machen, nach oben, ja, ich brauche hier eine Stümpfe Nadeln dafür, da muss ich mal sehen, welche ich nehme, aber ich habe nicht so groß Stümpfe da, nicht immer nur so schärf, spitz, ist aber eine schöne rote Farbe, so, dann muss ich ein Kreismittelpunkt, das sind drei Stück, da habe ich ja schon den Zehner, also sind drei, so fünf, sechs, sieben, neun, einer noch, ich mache jetzt Dreier, und dann mache ich eine Zwanziger Reihe, so, so, ja, mit euch, oder weitermachen, ich weiß es gar nicht, ob ich jetzt alle aussortiert habe, die ich brauche, ach nee, ich sehe gerade ein Symbol, was ich nicht einsortiert habe, na gut, ja, das sieht komisch aus hier in dem Video, der Stoff, an was liegt denn das, keine Ahnung, warum der Stoff nicht so weiß aussieht, was habe ich jetzt gesagt, ach ja, Kreismittelpunkt, wo habe ich das, suche, 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 er ist weg, jetzt finde ich den nicht, ach nee, hä, ach, hier ist er, ach, ich bin schon im Winterstamm, der stammt so auf dem Kopf, und das sind drei Stück, das ist auch so noch rot, das sind ja die Pflanzen, die Blumen, da unten in der Ecke, ja, bei mir geht das jetzt nicht mehr so schnell, ne, er hat so komische Farben, der hat zweierlei Farben, so ein Glasperler, mehr, ich sehe immer jedes Mal, dass ich die verkehrt habe, aber, nö, sorry, wenn Hintergrund so krach ist, ich habe die Türe auf, und das kommt von draußen, die machen immer, den ganzen Tag schon ein Krach, sieht doch schön aus, die Farbe, ich weiß nicht, ob sie das sieht, in dem Video, ich gehe mal näher ran, ich weiß nicht, das ist so dunkel hier, mir gefällt das nicht, ich weiß nicht, ob das die ganze Zeit so war, wo der Stoff ganz weiß ist, so, da habe ich ja schon zwölf Perlen gemacht, jetzt mache ich noch, sorry, wenn das, die Kamera wackelt, zwei, so, hier, ich denke, ich werde mir das davor sortieren, hm, äh, die habe ich doch gar nicht gemacht, wo habe ich die, hoffentlich habe ich die nicht, in der verkehrtes, Au, Backe, ach ne, die habe ich immer woanders, ich habe das nicht gefunden, und woanders, in einem anderen Behälter, diesen, und da habe ich den ja doch da, hm, blind, blind, wie ich bin, das sind zwei Stück, eins, zwei, also das wird eine Weile dauern, ich muss mir das doch anders machen, als die Behälter, kann ich nicht raus holen, und die Behälter, was mache ich denn hier, was mache ich denn hier, die anderen, äh, von, wie heißt er denn jetzt nun, jetzt komme ich nicht mal auf den Daumen, hoffe ich muss das andere Perlenbrett nehmen, das ist nichts für mich, dann aufmachen, zu machen, ich habe Angst, dass ich mir das runterschmeiße, so mache ich das so machen, dann kommt wieder zwei Herzen, und drei von denen, zwei volle Herzen, das sind superschöne Farben, so, bleib ruhig, und noch mal drehe, da müsste ich jetzt 20, äh, Perlen gesteckt haben, halt nicht, die hier müssen, ich wollte erst einmal, mit euch, ein anstecken hier, und, ein Perlenansteck, die Farben hier, die roten, das ist so Wahnsinn, da bin ich gut drin, naja, so, schaut mal hier, ich glaube, liegen doch gut, mit der zweiten Reihe, sieht man dann besser, auf jeden Fall, ist es dann ein bisschen, ähm, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, genau, das sind dann 1, 2, 3, 4 mal wieder mit dem Punkt, Kreis und Punkt, 4, ich mache jetzt noch was länger, was ist da, so, das wäre dann die fünfte, bleib hier, fünfte, fünfte, stetschminiare, und ich werde dann noch, zweier machen, ich denke, das reicht dann, ich mache nicht so viel, wie das letzte Mal, ich nehme dann noch zwei, ältere von stetschminiare, von voriges Jahr mit, gerade mal, in die Zeit habe ich nicht viel gemacht, so, da war ja schon 24 fertig, da muss ich jetzt, ich glaube jetzt muss ich blau machen, einer blau, wer sucht, da findet was, was untersetzt, naja, das ja was, nee, habe ich doch gerade gemacht, das andere, das ja was macht, genau, wenn irgendwie, wusste ich jetzt nicht mehr, was ich machen wollte, da sind dann, zwei, zwei, ah nee, ja, ach quatsch, ich bin da ganz verkehrt gucken, zurück, ups, ich bin da die Vierer, dann habe ich das, drei Ding, und dann kommt das, ach ja, das eine habe ich nicht aussortiert, das eine habe ich ja vergessen, hä, was mache ich denn, nee, ich gucke wieder mal total verkehrt, ja, das war blau, so, ups, ein blaues, genau, das ist einmal blau, und jetzt kommt das eine rote dazu, und jetzt habe ich das eine nicht, ich werde stopp, erst mal Pause machen, so gehen wir wieder da, sieht doch ganz gut aus mit den Farben, wo es mir gefällt, in dem Video die Farbe nicht, das ist so grau, schmutzig, Farbe, ja, mal sehen, so, ich habe es gefunden, ich habe noch nicht alle Behälter, ähm, gefüllt, nur was ich jetzt brauche, habe ich erst einmal genommen, so, das ist er, muss ich jetzt, ups, es wackelt wieder mal, ja, dann muss ich, noch, aha, da war einer, Palette dazwischen, halt, hier hin, ach so, knack, da sind die, genau, knack, knack, ich mache die lieber zu, als wenn man, immer das alles rausfällt, dann muss ein Pfeil, jetzt gibt es auch wieder so viele verschiedene Pfeiler, nach unten, rechts und links, und dann die Form, auch wieder unterschiedlich, so, das ist Konfetti pur, mit Perlen ist das ja nicht so schlimm, so, dann habe ich das auch, und dann, ich denke mal, das ist dann, das ist jetzt dabei, ich mache jetzt noch zwei Perlen, mit Eis, hoffentlich habe ich nichts verkehrt gemacht, ach ja, das ist das, das ist das, danach muss noch drei sein, ja, ich muss dann wieder so eine rote nehmen, es hat langer gedauert, das kleine Stück, ich muss mich erst mal dran gewöhnen, wieder, so, wir haben jetzt erst einmal, die ersten 30, waren fertig, da wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend, und ein schönes Wochenende, bis später, euer Engelschen, Gabriel, Lui, bis später, wir sehen, bis später, bis später, pri Band instalten, bis zurückhof, bis später, bis später, Vielen Dank.